Musik Musik So, hallo liebe Leute. Der Zuschauer fragt sich an dieser Stelle natürlich völlig berechtigterweise, was machen die da überhaupt? Wir testen Helme. Das kann man erahnen. Es liegen hier lauter Helme rum, nämlich genau 28 Stück, 14 Modelle in zwei verschiedenen Größen. So, und das, was hier heute stattgefunden hat und noch stattfinden wird, ist die Trockenübung. Wir sind hier im Motorrad-Konferenzraum und unser Testfeld liegt hier ausgebreitet und völlig unbedarfte Kollegen durften vorhin und werden auch noch nachher Trockenübungen machen. Das heißt, Helme aufsetzen, absetzen, Passform, Bedienung von Visieren, von Lüftungsklappen, von Kinnriemen, all sowas. Und zwar einfach munter drauf losplaudern. So, Helm-Test nochmal für alle, die nicht regelmäßig Motorrad lesen, ist bei uns eigentlich mal drei geteilt. Das erste sind die Laborversuche. Da waren wir schon beim TÜV Rheinland in Köln, haben jede Menge Helme kaputt gemacht, so im Wert von bummelig 25.000 Euro. Schlachtdämpfungsversuche. Das sind also die großen Laborwerte. Dann, wie gesagt, Trockenversuche. Das haben wir hier heute gemacht. Und dann geht es morgen noch in die Praxis, in die Fahrversuche. Das ist sicherlich der zeitlich aufwändigste Teil und macht nachher vom Testergebnis auch eine ganze Menge aus. Da werden wir mit drei Leuten auf eine uns bekannte, wenig befahrene Autobahn gehen. Und da es sich um Sporthelme handelt, 14 Sporthelme mit Geschwindigkeiten sicherlich deutlich über 200. Einfach mal schauen, was so passiert. 14 Sporthelme wird ziemlich spannend. Wir haben heute schon gemerkt, dass in Sachen Passform riesengroße Unterschiede herrschen. Wir sind hier unterm Strich insgesamt vier Leute, fünf Leute sogar, die die Helme tragen. Und nachher werden wir, denke ich, Urteile haben, die schon sowas wie repräsentativ sind. Also, lasst euch überraschen. Im Motorrad 9 2016 ist das Ganze drin. Der große Frühjahrshelmtest. Diesmal geht es um Sporthelme. Die liegen bummelig zwischen 300 und 800 Euro. Und wer noch ein tolles Dekor haben will, ist auch mal vierstellig dabei. Also schaut rein. Motorrad 9 2016. Kaufen! Motorrad 9 2015 Donäts undertaking Video beim stable Untertitelung des ZDF, 2020